ni hau meine lieben freunde eine herzliches willkommen zu einer weiteren folge brawl stars und zwar leute ihr seht der neue mrp skin ist draußen und heute werde ich diesen neuen mrp skin kaufen leute mit natürlich meinen creator code leute ihr wisst bescheid wenn ihr was kauft leute würde ich mich mega freuen wenn ihr meinen creator code nutzt den habe ich jetzt seit drei tagen und es läuft jeden tag beziehungsweise zweimal in der woche leute werde ich zehn euro google play itunes paysafe oder paypal was immer ihr auch haben möchtet verlosen das einzige was wir tun müsst ist leute ihr müsst meinen code eintragen und euch etwas kaufen und mich markieren auf instagram bzw in eure story teilen und dann habt ihr die chance wie gesagt zehn euro zu gewinnen und wird sagen let's go und let's go mrp agent p ist da und ich würde sagen wir spielen auf jeden fall noch agent p paar spiele und lasst auf jeden fall jetzt alle gerne einen daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht kostenlos abonniert habe würde ich mich auch sehr freuen wenn ihr mich jetzt alle kostenlos abonniert würde mich freuen wenn dieses video die tausend likes schafft ansonsten let's go so leute ich bin jetzt ein richtig frei hat und zwar sind wir alle sehr sehr hoch 900 900.000 ein bisschen konzentrieren leute ich feiere diesen skin unnormal ist jetzt das erste mal dass ich ihn spiele weil ich ihn gerade erst gekauft habe ich habe ihn aber im tryout modus bisschen gespielt aus wann die sind mit mir jetzt im call aber die sind also ich rede mit denen im englisch ich weiß jetzt nicht ob ich heute schreibt mir in den kommentaren wollt ihr mal dass ich mit den leuten englisch einfach im call rede ob das egal ist mit den video drehen englisch also ich habe kein problem damit so ein bisschen konzentrieren ich zeige euch das gleich leute das ist high level trophies deswegen kann ich da jetzt nicht so ab rumtreuen ihr seht auch schon das ist nicht so einfach direkt zwei toren zu schießen leute ich war ja diesen skin unnormal ich glaube ich werde diesen skin auch an euch verlosen in dem nächsten video oder so geht das war gewastet von mir das war gewastet von mir also verschwenden mental ich hatte dann sechs also sonst gehen für 30 james feiere ich unnormal oh nice übrigens gibt es heute abend wieder ein stream wie zuerst es gibt jeden abend ein stream könnt ihr sehr gerne abhängen ab 18 uhr so hoopsa ne den kann ich nicht stoppen ach man kann ich nicht stoppen vielleicht das game ist echt hart muss ich sagen auch nie mit ist gestorben weiß oh er hätte zu mir passen können doch er hätte zu mir passen können dann hätte ich scoren können leute oh rip ich muss aber auch sagen mit ihm also mit ryan zu spielen er ist mega guter spieler aber hohe brawler zu spielen mit ihm ist immer so riskant sag ich euch ehrlich holi okay die gegner schwitzen auf jeden fall rein mal gucken ob die was gebacken kriegen die haben jetzt einen vorteil mit sandy wenn sandy ihren sandsturm hat 8 7 6 5 4 oh nein wir haben das verloren so leute auf geht's zur nächsten runde ich habe ich war kurz im voice und habe ihn gefragt warum er nicht gepasst hat er hatte keine ahnung er hat irgendwie nichts gesehen oder so ach das tut schon weh zu verlieren obwohl man das spiel gewonnen hätte ne ich hätte locker scoren können aber ok leute nächstes game guck mal mal nice sehr schön sehr schön guck mh 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 fahrer mh 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 Kinder mh Mo und das ist echt schwer hier rauszukommen nein ich muss echt sagen diese games sind echt anstrengend heute holen ich habe ihn getroffen haben noch mal einen getroffen sehr schön sehr gut die carry von kaya sehr sehr gut so auf zur nächsten runde diese reihe den kenne ich leute auch der spieler spieler softlaunch der spiel dieses spieler sehr lange der war auch früher einer der höchsten devils mit mir immer heute schreiben in den kommentaren wie findet ihr den mr p skin und soll ich könnte ihn euch auch paar mal verlosen leute 30 jams ist nicht viel finde ich echt mega geil von supercell dass sie sowas rausgebracht haben das war so knapp das war mega klar und er stirbt doch das war mega knapp dass er mich bekommen hat mit dem pull er wollte dass ich wahrscheinlich ein bisschen weiter nach vorne mach aber ich habe gedacht die pushen rein das war sehr gut das war ja das war ja das war ja das war ja den habe ich auch ich habe gedacht leute er kommt durch wir spielen gerade echt gut zusammen muss ein bisschen aufpassen das eine erzene runde habe ihn okay wir müssen auch bekommen sehr schön und das wird wieder ein sehr sehr hartes gehen jetzt seht ihr aber wie das eigentlich ist auf rang 35 zwischen diesen raten war bei 1000 profänen das ist noch ziemlich niedrig bis 1250 sind zwar noch 250 nein es war ein sehr schöner statt von mir so jetzt muss man das irgendwie versuchen zu treffen los so pinguin oh nein nein er kommt nicht ich habe gedacht er kann scoren aber ich hätte auch nicht ich muss rechts stehen weil ich schon recht stand oh 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 Und so kann ich mehr Giveaways finanzieren und ja Leute, checkt mein Instagram ab, markiert mich, wenn ihr was kauft mit meinem Code und dann nehmt ihr teil an einem 10 Euro Giveaway. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen um 13 Uhr oder heute Abend im Stream, wie jeden Tag. Ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal.